ich muss ja schon sagen eine sache nervt mich übertrieben an netflix wir können ja hier mal kurz reingehen ihr wisst ja selber wie das ganze hier aufgebaut ist an sich eine richtig gute erfindung dreaming und hast es getan überholt ja ja sowieso mittlerweile die fernsehsender deswegen wollen sie auch etliche upload filter einführen artikel 13 selber und zwar was mich hier an der ganzen sache stört hier wird euch ja alles mögliche vorgeschlagen ich sag mal neue erscheinungen beliebte filme serien alles mögliche das ding ist aber wenn ihr dann irgendwann mal ist gehen wir mal davon aus ihr habt alles hier durch durch geschaut ja dann gibt es hier keine kategorie dafür dass wir das wir jetzt einfach alles alle filme einsehen können wenn wir jetzt auf action film gehen wird werden euch ja keine ahnung sagen wir mal 100 filme werden euch davor geschlagen es gibt ja aber viel mehr auf der plattform an sich wird es viel sinnvoller wenn wenn es wie andere internetzeiten aufgebaut wäre ihr geht auf eine bestimmte kategorie oder da steht alle filme und dann kommen da wirklich alle filme von a bis z wäre auf jeden fall sinnvoller weil wenn du eine bestimmte kategorie einfach durchgeschaut hast dann weißt du gar nicht mehr was du schauen willst oder kannst weil dir nichts anderes vorgeschlagen wird im endeffekt werden die auch immer nur dieselben sachen vorgeschlagen und wie gesagt also das ist die einzige sache die mich an netflix übelst nervt und wenn ihr eine internetseite kennt oder so die speziell immer gute filme empfiehlt schreibt auf jeden fall mal in die kommentare wenn euch das informative video hier gefallen hat dann lasst ein like da und folgt mir auf instagram wie gesagt wenn euch das unfassbar schlechte video gefallen hat dann lasst ein like da folgt mir auf instagram und wir sehen uns im nächsten video peace leute wir sehen uns im nächsten video